Jo yeah und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic Und es wird heute wieder ein Event angekündigt, nämlich das SWT Companion Chaos Was so viel wie Gefährtenchaos bedeutet Und das Ganze ist ein Social Media Event Das erkläre ich euch gleich, wo man für zwei Teams abstimmen soll Für Team Nikooka oder Team Charvisla Und ja Da geht es darum, dass man mit diesen Hashtags auf Facebook oder auf Twitter Diese ganzen Teams unterstützt Und ich weiß nicht bis wann das gehen soll Das ist hier nicht rauszunehmen Aber Macht es einfach Also, wie soll das Ganze funktionieren? Ihr solltet euch für eines der beiden Charaktere entscheiden Und Ja, wie? Diese Charaktere sind jeweils ein Team Wie es auch heißt Team Niko oder Team Char Und Woraus bestehen diese Teams? Also, einmal Wählt den tödlichsten Droiden HK55 von Team Nikooka Gegen Skopio Und Team Char Wer ist der tödlichste Droide? Natürlich HK55 Skopio ist ein bisschen listig, aber HK ist immer Immer am besten Dann kommen wir zum schlimmsten Gauner Tanovic gegen Skat Der gute alte kann zwar viele Bürger verschlingen Aber Als Gauner tut er sich nicht ganz so gut wie Tanovic Also Wieder für Team Niko Der härteste Soldat Sergeant Rusk Gegen Lieutenant Pierce Der Rusk mag zwar vielleicht ein bisschen robust sein Doch der Lieutenant Pierce Und alles In Stücke Da geht ein Punkt An Team Char 2 zu 1 Dann kommen wir zum charmantesten Schwindler Da muss ich ehrlich gesagt Ist mir das total egal Gaunt gegen Wie heißt er nochmal? Gastano Gaunt mag ich ehrlich gesagt nicht so Und Gastano Kenne ich ehrlich gesagt gar nicht wirklich Da entscheidet man selber Keine Ahnung Also Gastano ist bei Niko Und Gold bei Char So Und dann kommen wir zum grimmigsten Sith Lord Scouch Von Team Niko Gegen Xalek Von Team Char Den Gefährten vom Jedi Hüter Und vom Sith Hexer Beziehungsweise Jedi Ritter Und Sith Inquisitor Ähm Da habe ich ganz klar einen Favoriten Nämlich Den Lord Scouch Der Auch bei Revans Geschichte Nicht ganz Unbeteiligt war Er hatte da sogar Einen ganz ganz wichtigen Faktor Gespielt Lest das Buch Wenn ihr es nicht gelesen habt Und wenn ihr es gelesen habt Dann wisst ihr was ich meine Also ganz natürlich wieder ein Punkt An Team Niko Und der beste Tüftler Das muss ich euch einmal vorlesen Kopf an Kopf Für den besten Tüftler Für Team Char Tritt der einfallsreiche Blizz Gegen den genialen T701 Von Team Niko An Könnt ihr den Wettbewerb Aus Tüfteln Ne das war es doch nicht so geil Auf jeden Fall T701 Oder O1 Und das war der gute alte Droide von Jedi Meister Van Zello Den ihr aus den Trailern vielleicht kennt Aus dem einem Trailer Der war in dem Jedi Tempel Der Der Jedi Ihr wisst schon Auf jeden Fall T701 4 zu 1 Für Team Niko Bei mir jedenfalls So Und dann die begabteste Schülerin Nadia Grell Gegen Asshara Zavros Ok Asshara Zavros für Team Char Und Grell für Team Niko Muss ich ganz sagen Ist ganz klar für mich Asshara Zavros Als Sith Inquisitor Ganz klar Asshara Zavros 4 zu 2 für mich Und Ja Das war es Das war es Der klügste Kopf Taran Zedrax Gegen Eckart Loken Das finde ich ein bisschen schlecht gemacht So weil Hier steht erst Taran Zedrax Und dann denken manche vielleicht Das ist Taran Zedrax Und das ist Loken Ist aber nicht so Wer ist der klügste Kopf Stimmt ab Für den imperialen Agenten Loken Für Team Char Gegen Professor Und Exo-Ingenieur Taran Von Team Niko Trefft eine kluge Wahl Das ist doch mal ein Wortspiel Ich bin da Ganz klar auf Taran Zedrax Seite 5 zu 2 Auf meiner Seite Der sieht sogar ein bisschen aus Wie Obi-Wan Muss ich sagen Also ich finde den auf jeden Fall cooler So Und Ja Das war es eigentlich Was haben wir hier unten ausstehen Champion der Gefährten Niko K.G. Schall Wiesler Stimmt für euren Lieblingsgefährten ab Den legen deren Revolver Held Niko Oder die berüchtigte Seidnerin Schall Die galaktische Mächte des Chaos Die die Galaxis unsicher machen lassen Mich fürchten Dass diese Wahl Unentschieden enden könnte Könnt ihr mir das Gegenteil beweisen Natürlich können wir das Natürlich können wir das Nämlich wird Team Niko gewinnen Oder So Ich habe gehört dass wenn man sich Ingame einmal einloggt Dass da Irgendwas zu sehen sein soll Ich weiß es nicht Und Ich bin ganz klar für Team Niko Wer ist bei euch der Favorit Oder Wo sind die meisten Favoriten Ich mache das nach dem So ein Punktesystem Wo sind die meisten Die ich besser finde Also Team Niko So Okay Es gab ja Gestern ein Update Da gab es ja auch Den neuen Operationsboss Isaks Der Richtig viel Live haben soll Richtig heftig sein soll Und Wahrscheinlich noch ein paar Kartellmarkt Items Ne hier ist nichts Ja Das War es eigentlich Ja Ich hoffe ihr wisst Wen ihr wählt Natürlich Team Niko Also ordentlich posten Und dann sehen wir uns Auch hoffentlich Nachher im Livestream Kommt ihr abonniert Und wir sehen uns In diesem Bad Ciao Ho 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020